Der nächste Song ist von 6.4 Fanatics. 6.4 Fanatics. Ich glaube, es ist ein Doppelsong, fünf Minuten. Wir machen einen Song daraus. Oder wir machen einen kurzen Abschnitt einfach. Lass mal gucken. Wenn es gut wird, Bruder, und wir im Vibe sind, ist ja kein Problem. Okay. Lass mal. Krasses Handy. So ist es. Jungs, Ruhe. Ruhe auf den Birkenplätzen. Warte, warte. Lass, lass, Bruder. Es geht gleich. Geht schon. Ich würde weiterhören. Ja. Ich würde weiterhören. Aber wenn wir... Weiterhören oder der nächste Song? Nein, nein. Nein, nein. Weiterhören, Bruder. Weiterhören. Alter. Jetzt. Jetzt. Ich bin gespannt, wie der Bray reinsteckt wird. Okay. 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 Wow. Wow. Fua. Mach mal zurück, mach mal zurück, mach mal zurück. Mach mal direkt. Ah! Du sprichst Franzose? Der zweite war sehr stark. Der zweite war sehr stark. Der zweite war sehr stark. Da hat es wieder Spaß gemacht, den Song zu hören. Was sagst du? Also ich fand, ich finde der Beat ist auf jeden Fall schon mal ganz nice gewesen. Der zweite hat auf jeden Fall mehr rasiert als der erste. Von der Power her. Finde ich auch. Der zweite war ein bisschen ganz leicht auf Beat ab und zu. Aber nicht so, weil er das wahrscheinlich nicht kann. Ich glaube das war bewusst. Genau, das war bewusst. Und deswegen, das hat ihn so besonders gemacht. Also ich fand es krass. Ich fand es ja stimmt. Ja, genau. Er hat ja auch Französisch da noch mit reingebracht. Feierlich. Am Ende hätte er noch ein bisschen mehr explodieren können. Ich finde da kann, da könnte ein Hook hin, Bruder, wo es wirklich. Ja. Weißt du was ich meine? Noch eine Baba Hook gewesen und der Song wäre wirklich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.